Und da sind wir wieder. Willkommen bei Let's Play Minecraft. Im letzten Teil sind wir ganz frisch hier auf die Map reingestartet. Wir sind wieder die gleiche Truppe und wollen jetzt mal hier schauen, was dieses Gewölbe hier oder dieser Minionschacht für uns bereithält. Ich habe die gar nicht so oft gelootet. In der 1.8 gab es die wohl auch schon. Aber ich glaube, die haben sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Ah, where did it fail? Fehler. Oh mein Gott, woher hast du Diamanten? Äh, Toasty Brosty. Woher hat er? Ich habe einen goldenen Apfel. Ich habe vorhin welche gefunden, da will ich. Oh, ich habe einen goldenen Apfel. Oh, hier ist Calcite. Wollen wir was bauen? Also, ich habe schon vor, auch was zu bauen. Aber nicht im Rahmen von dem Projekt. Hier geht es wirklich nur einmal das Spiel durchspielen mit Erneuerungen. Äh, Leute, wir werden niemals hier wieder mehr rausfinden. Oh, da ist ein Spawner, da ist ein Spawner, da ist ein Spawner. Mit einem Schwert macht man die Spinnweben kaputt, oder? Äh, ja. Wow, wow, die ist... Alter, ich habe die überhaupt nicht gesehen. Ja, ich kann endlich... Hä? Äh, entweder die klettern hinter dem Spawner hervor. Das ist richtig gemein, die können durch die Spinnweben durch. Ja, ich, ich merke es, ich merke es. Oh, ich stande gut. Hast du mich gerade von hinten geboxt? Nein. Oh! Äh, Galerios, hast du noch ein bisschen Cola? Ja, sieh, du hast mich... Du hast mich zum Creeper herangeboxt, was soll denn das? Sorry. Noch ein Spawner. Wenn ihr solche Fehler vermeiden wollt, dann müsst ihr bei World Elite, äh, so ein Hochzeichen davor setzen. Und dann, äh, habt ihr das nicht. Grünbrunsch. So, entweder wir laufen jetzt zum fünften Mal schon beim gleichen Gang heran, oder... Oh, ich habe Calcid gefunden, da ist ja dann auch sondiert. Ja, da haben wir auch schon. Ah, den brauchen wir ja nicht. Oh, hier geht es weiter, hier geht es weiter. Oh, vielleicht für ein Fernrohr, warte, ich ernte sowas. Oh, ja, ich habe Kopfer für ein Fernrohr. Oh, ja, sie überhelfen mir gleich, ich baue halt nur mal kurz das Eisen ab. Ich würde halt gerne eins holen, damit wir so ein... Oh, hier ist es, hier ist da die... Die Lode oder so. Genau, pass auf, das sind ganz viele, das sind aber sicher so sieben Zombies, oder so. Pass auf, nehm dir, nehm dir, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, geh weg! Hau mich doch nicht! Ich hau dich, weil ich so einen großen Radius habe. Oh, ich habe nochmal hier, mach's nicht so. Geh weg, Jesse. Nein, Alter. Ja, das ist vorne. Das ist egal. Ich habe nochmal schon viel Stücken. Ich glaube am besten ist, wenn immer nur einer zuhaut. Ich habe einige Sand. Blödsinn. Oh, ja, der da ist auch ausgewachsen, oder? Ja, wo seid ihr alle? Ja, lass ihn doch hochbauen, dann da braucht er ich länger. Oh, da ist Goldmini, die mir holst. Oh, warte, da sind die, hinter dir. Ja, da, da. Oh, ja bitte gerne doch. Ja, spring doch mal runter. Ja. Ich habe elf Calcite. Hast du das, was fällt? Ne? Nein. Brauchen wir das Gold nie, oder? Warte. Ich habe noch ein Blöcker. Ich habe noch ein Blöcker. Hier kann man damit nur Goldäpfel machen. Die sich alle zu dir sind. War sonst nichts mehr hier? Hast du noch irgendwo was? Nein. Ich hoffe nicht. Teilweise sieht das leuchtende Gras, oder was das ist, so aus wie ein Blöcker. Voll. Ja. Ich habe schon ein paar Mal gedacht. Okay, wo ist denn unser Zuckerrohr? Jetzt bin ich gespannt, wie viel das gewachsen ist. Oh. Da oben. Oh. Oh, na schon. Oh, dass die Öfen irgendwie kraftbar sind. Das ist auch ungewohnt. Ich bin hier am... Ich habe hier zehn Eisengraben. Also ich habe Poisen. Was mache ich jetzt mit den Deers? Die Eilen? Ne, ich mache dir Werkzeuge raus. Was machen wir draus? Ich glaube, die Erpicken ist dann am wichtigsten, oder? Ja. Okay. Danke dir, Toasty. Problem. Oh, ich würde gerne ein Häuschen bauen. Wir brauchen jede Menge Dirt dafür. Und eine Eichenholztür. Ich baue jetzt das hässigste Haus, was ich mir irgendwie einverlassen kann. Ich mache das etwas zu hoch. Hat jemand noch irgendwie Bruchstein oder so? Irgendwas, was ihr da gefarmt habt? Ah ja, ich habe davon richtig viel. Ja, das ist super. Also wir haben ungefähr einen Stack in der Kistung. Super. Oh, das ist toll. Das ist toll. Hier liegt alles. Ach, ich baue es in der Luft. Sieht ja voll hässlich aus dem Replay. Machen die anderen jetzt mal hier eine tolle Farm oder so? Oh, ich habe nicht mal eine klare Mitte. Das sieht noch hässlicher aus, als ich es eigentlich geplant habe. Oh mein Gott. Geht ein Holz? Angie, hast du einen Hacker? Ich dachte, es geht sich bis zum Wasser aus. Da ist mal ein, ein fehlender Berechnungen passiert. Valerius, hier. Uh, mein eigenes Fernrohr. Danke, Yassi. Ja, Peter, ich bin großzügig. Hier, komm, die Schlafzimmer da noch rein. Hör auf, ich habe das da gerade abgebaut. Nein, das ist so viel hübscher. Und jetzt brauchen wir Betten. Ich habe sogar schon Verzierung außen rangemacht. Oh, die sieht ja toll aus. Oh, das ist ein schönes Haus. Schaut mal, Leute. Seht her. Das erste Fenster des Hauses. Schau her. Auf. Oh. Ein Buller-Auge. Ja, will auch. Wollt ihr mal alle gucken, komm? Ja, ich habe schön schönes gedacht. Gut ausgesperrt. Habt ihr schon die schöne Deko gesehen? Du schaust von der falschen Seite. Du musst von innen nach außen schauen. Okay. Garne. Fuck, ich weiß. Ich will eigentlich immer noch eine Hose haben. Jassi, gib mir deine Hose. Ich will deine Hose. Nein, das war... Ne Hose ist da drin in den Dingern. Ich wollte Kletterung. Grab dich jetzt bloß nicht durch die Hose. Ah, ich... Da ist eine Hose drin, schau. Achso, du wolltest hier ein neues Fenster... Das Huhn haut ab, Jassi. Das war doch eingesperrt da drin. Ich bin immer noch im Kistenmenü drin, obwohl du das zugebaut hast. Und währenddessen habe ich mich komplett mit Tee angeschüttet. Geil. Was wollte ich jetzt eigentlich rausnehmen? Ja, ne Hose. Achso, stimmt. Da ist deine Hose. So, habt ihr das auch gesehen? Durch eine Wand meine Hose rausgeholt. Glückwunsch. Man nennt mich auch Röngtenkris. Mindet ihm mal dich Rücken aus. Hast du das Dierschwert eigentlich, was ich reingelegt habe in die Truhe? Was ist Dierschwert? Hab ich reingelegt. Jassi, hast du das rausgenommen? Nein. Oh, ein vierblock hohes Zuckerrohr. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Nein. Ja, in einer Wildnis. In einer Wildnis. Da wächst es besser in Geschwangerschaft. Aber süß werden. Du musst springen, dann machst du mehr Schaden, wenn du schlägst. Generell oder nur bei Tee? Nein, generell. Ähm, in einem PvP-System ist das so. Ah, in einer neuen? Ja. Und das wäre so... Wie bist du meine Eisläufe? Das wäre ja in 1.16 PvP. Und das wäre so viel besser als in 1.8? Nein. Ich finde das einfach besser. Ich finde das einfach besser. Weißt du, da machst du so Crit-Hits. Dann siehst du auch so einen kleinen Stern. Ach so, das ist ein kritischer Treffer, ok. Ja, genau. Im alten oder im neuen? Äh, es gibt auch Crit-Hits im alten, aber warum sieht die jetzt nicht so viel aus? Kannst du nach den neuen Biomen schauen? Ich würde sagen, wir gehen ins Nether. Ich sehe die nicht. Ach so, da hinten ist er. Warte mal, ich schaue mal mit meinem Fernrohr. Aha. Ja, ja. Hey, ihr packt ein Fernrohr weg. Ich bin's ja mit dem Fernrohr. Wie bringen wir da das Wasser hin? Wir brauchen Wasser. Von Herzi. Ja. Wirst du, sind wir da runtergesprungen und haben nicht umgedreht? Ja. Das ist die Frage. Wo seid ihr denn? Ok. Ja. Zurück und Wasser holen. Ok, Minitimi, du holst mal ein paar Wasser. Warte, wir... Wir müssen den Ding nicht holen. Ich hab noch Eisen. Gemma. Ah, ich hab auch noch Eisen. Perfekt. Ach so. Oh, ich hab einen Wolf gefunden. Ja, aber du darfst halt nicht vergessen, dass unterhalb ihr trotzdem noch Lava ist. Hä? Du hast einen Wolf gefunden? Ich hab bestimmt fünf umgebracht. Was? Ich hab aber keine Knochen mehr. Die hab ich gar nicht im Lava. Oh mein Gott, Angie. Ok. Oh je. Wir bauen das doch in der Basis auf. Ja, hä? Aber warum? Macht doch gar keinen Sinn. Doch, damit wir da schneller rein können. Oh, ich hab drei Hunde. Okay, ich hab zehn. Reichen zehn? Den müssten reichen, glaube ich. Nehmen wir lieber zwölf mit. Oder elf? Nehmen wir lieber zwölf mit. Ich glaube, ich bin zu dumm zum Rechnen. Blau. Ja, das ist ein Pferd. Guck mal, das sind jetzt meine Hunde, die verfolgen jetzt mich. Oh, Mini-Team wird von unten bedroht. Alter, ihr seid super kranker. Zeig mir mal den kleinen Pferd. Ey, der Hund greift mich an. Was ist mit dem? Hör auf jetzt. Hör auf, Yassi. Ich hoffe, dein Pferd hat verli... Der brennt nicht mehr. Oh, er lebt. Alter, der greift mich immer noch an. Was ist mit dem? Ich hab denen doch nichts getan. Ich bin viel schneller als du, du lauf. Ja? Jetzt bringe dein Pferd um. Hör auf! Nein! Aber du bist doch viel schneller als ich. Wo ist das Problem? Hör auf! Nein! Hör auf! Nein! Wer geht so fest? Mann, das Pferd springt nicht gerade so hoch. So, wir machen jetzt ein Stacheldraht gegen Yassis Pferdeangriffe. Aha, komm noch! Yassi, was machst du denn da? Es gibt doch auch einen Eingang. Ja, ich brauche ein Pferdedurchgang. Das nehme ich mit in mein Schlafzimmer. Mann, Alter, ist ja witzig. Ich würde das Portal eben machen. So, kann das jetzt jemand anzünden? Äh, ich kann das mal versuchen. Wir haben glaube ich kein... Oh doch, ich kann ein Feuerzeug holen. So, ich hab das nächste Portal fertig. Hä? Geht das nicht? Ja. Das machen wir mal mit einem Feuerzeug, oder? Ja. Äh. Im Portal, im Portal. Ach so, ihr habt das 1 zu niedrig gebaut. Weißt du, wo der Fehler ist? Ja, es ist 1 zu niedrig. Hä? Du hast gesagt 12 Obsidianen. Ja, ja. Einfach die unteren zwei wegbauen. Da die zwei. Und einen unterstellen, dann funktioniert's. Oh. Ups. Sorry. Ja, aber jetzt soll ich denn das wissen? Das ist jetzt keine Ahnung, wie viele Jahre her. Fünf Jahre her oder so, dass ich das letzte Mal im Leben da war. Wie mein Feuerzeug? Ist es meins? Jemand Goldschuhe? Oh, es geht. So, und bevor wir da jetzt reingehen ins Neta, beenden wir das Video. Danke, dass ihr wieder eingeschalten habt. Und im nächsten Let's Play seht ihr meine Reaction auf das neue Neta oder auf den neuen Neta. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Dann, wie gesagt, ich weiß nur, dass da viel gemacht wurde. Aber was genau? Kein Plan. Tschüss! 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 Tschüss!